Ist normal, ist alles richtig. Ist klar. Alter, ist dieser Mod komisch, ey. So. Hier bin ich ja schon mal richtig. Da, 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 da. Ähm. Wolle habe ich hier auch ein bisschen. Ein bisschen? Habe ich Eimer? Tatsächlich, acht Stück. Hey! Verdammt, das Geräusch war nicht so gut. So, lass mal hier hoch jetzt. Und jetzt muss ich ja wohin? Nach da oben, ne? Dafür brauche ich... Habe ich Erde? Tatsächlich, ich habe sogar genug Erde. Dafür muss ich ja jetzt hier hoch. Wo ging es denn hier hoch? Ich glaube, hier, ne? So, dann lass mich mal nach oben. Zack, zack, zack. So. Okay. Mal gucken, wo habe ich denn? Da habe ich schon dicht gemacht, nach oben. Jetzt fehlt mir noch hier. Warte. Zack, zack, zack. Jetzt brauche ich noch hier dicht machen. Und dann auf der Seite noch. Und dann haben wir es hier oben sogar schon. Die Schmoche. Mit dir die Schmoche haben wir es dann hier. Ich brauche noch Schilder dann, ne? Ich muss ja dann hier überall Schilder anbringen. Sonst überleben die Viecher ja. Ach du Scheiße. Mir fehlt sowieso noch Wolle. Oh, ey. Super Sache. Super Sache. Hm. Toll, boh, ich habe vor. Hier ist mal Wasser. Und Schilder auch noch. Und oh. Ich will jetzt nicht schon wieder zurück. Ich glaube, ich bastle mir die Schilder hier. Ich habe jetzt echt keinen Bock, wieder zurückzulaufen. Ah. So. Ich brauche aber Unmengen an Schildern. Hm. Na komm, ich mache die hier. So. Dü, 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 dü. Ich habe eigentlich genug Holz. Ganz so, der kann ich ja noch. So, zack. Das wird auch nicht reichen, an Schildern, fürchte ich. Machen wir mal den hier und dann. Ja, siehst du, hat sich erledigt. Äh, obwohl doch. Die Anzahl an Schildern könnte ausreichen. Könnte. So. Äh. Einmal. Dü, 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 dü. Wie viele Dinge zurückle ich mir denn jetzt? Äh. Machen wir mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Siehst du, schon kaputt. Toll, was schmeiß ich denn jetzt weg? Verflixt. So, dann mache ich das so. Zack. Machen wir das so. Dann machen wir noch ein Wasser. So. Ähm. Und nu. Passo, Schilder haben wir, Wasser haben wir. Noch fehlt was. Und dieses Etwas ist ein Stück Wolle. Und dieses Stück Wolle. Er cheat ich mir. Komm. Komm. Ein einziger Wollblock in die erste Etage. Ich will testen, ob es funktioniert. Also komm. Den ersten Wollblock, den wir kommen. Nee, das ist so. Aber komm, den hole ich mir so lange. Das tut ja so. Ich meine, kein Aufriss hier. Ich komm, jetzt ehrlich. Oder? Ich hab hier trotzdem noch drei Dinger. Mensch, was soll ich denn loswerden, dann um den Wollblock irgendwie unterbringen zu können hier. Da kommen hier drei Steine. Braucht keine Sau. Pass auf, dann mach ich das so. Hab ich auch wieder einen Wollblock für oben. Ich kann so die Spezies hier anfangen zu meckern. Und du sollst das hier anfangen. Alles ist heißer, das ist heißer, dass sie sich nicht mehr tun. Nee, nee, komm. Das geb ich mir nicht. So. Hier, Jun war hier. Das ist schön und groß. Ähm. Verdammt, der Block. Das muss hier trotzdem alles weg, ne? Mist. Mist. Oh, wie soll ich denn jetzt hier raus dann? Scheiße. Und jetzt ist der Dachzeit. überhaupt funktioniert. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Steht auch noch nicht fest. Fährt man eigentlich runter? Weiß ich gar nicht. Ich würde es, glaube ich, auch gar nicht austesten. So. Siehste, klappt alles nicht. So, versuch. Da hinten komme ich hin. Kann ich das ja hier machen und da geht das nicht. Hier dann ja auch nicht, weil da quasi schon einer ist. Schon ein Schild. Dann dahin, dahin. Dann mache ich hier jetzt eins hin. Dahin. Alter, nicht, dass mir die Schilder ausgehen, ne? Ich habe jetzt keine Lust runter wieder zu rennen, um Schilder zu rennen. Vor allem, wie komme ich dann wieder hoch? So. Hier passt nichts. Hier passt noch eins hin. Hier. Komm, ich habe da noch welche, oder? Okay, Schilder reichen. Schilder mache ich mir jetzt keine so. Und hier reichen. So. Und dann da hinten ja eigentlich noch eins hin. Und dann hier noch eins hin. Und dann war es das. Ja, ich bin gespannt. Wenn ich den jetzt hier hinbaue, ne? Für Scheiße, jetzt werde ich auch noch runtergespült. Werde ich von hier ja weggespült. Aber im Grunde wird ja alles dann nach unten gespült, ne? So, wie es sein soll. Genau. Gut. So, wo baue ich den einen Spawner hin? Ich bin fast schon gelitten. Ich bin fast gelitten. Alles klar. Ich bin einfach da an die Glasscheibe zu setzen, oder? Weil da drin... Da drin ist Spawner doch nicht, oder? Ich traue dem nicht. Ich spawne bestimmt auch da. Pass auf, dann haue ich da einfach lieber da ran, dann ist gut. So, was lassen wir denn spawnen? Ich bin ja für das Ungefährlichste und das sind Zombies. Wo haben wir sie denn? Äh, da unten. So. Now we have a zombie. Was? Nur ein Operator im Creative Modus kann Befehle angeben. Oh, ist das jetzt euer Ernst? Ehrlich jetzt? Och, komm. Hier, dann... So, das ist doch dämlich. Also... Pass auf, dann hole ich mir jetzt sogar hier das Spawner-Ding ins. So. Dann machen wir jetzt ein Zombie. Funktioniert das? Guck mal, das geht. Das rallie ich auch nicht. Naja, gut. So. Hier auch gerne ein Zombie-Spawner. Pass auf, die Etage machen wir Zombies. Ey, wieso geht das nicht runter? Ah. Zombie! Yeah. Now it's a Zombie-Spawner. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Zombie? Zombie, Zombie. So. Und einen Spawner habe ich noch, den kann ich ja dann nehmen, ne? Aber wenn ich den jetzt hier anbaue, komme ich dann nämlich nicht mehr hin. Na toll, da hinten komme ich auch nicht mehr hin. Scheiße. Verflixt. Und dann mache ich das gleich so. So. So, das kommt wieder weg. So haben wir hier daraus noch schnell einen Zombie-Spawner. Zack, puff. Wow, da stand gerade einer. Angst, Angst, Angst. So, und dann sollte ich jetzt auch wieder raus aus dem Creative-Modus. Back to the Survival-Modus. So, denn Spielmodus wurde geändert. Yeah. So. Muss ich gucken. Da hinten habe ich schon einen Blockwasser, ne? Das heißt, der nächste Block muss eigentlich nur noch hier hin. Du, 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 du. Du, 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 du. So, wenn ich den Block jetzt hier hinsetze, geht das? Ne, dann werden die Dinger nach da reingeschwemmt. Soll das aber auch nicht sein. Shit. So, wenn ich die lieber weg. Was mache ich denn da? Hau ich die mal hier ran. Bringt das was? Ich hoffe es. Du, 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 du. Du, 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 du. So, siehst du? Die werden nämlich reingeschwemmt. Dann mache ich das so. So, mache ich dann hier dicht, weil dann, wenn die da spawnen, auch wenn die jetzt hier auf der Fensterbank spawnen, laufen die trotzdem irgendwann runter. So ist es ja nicht. So, zu. Dum, dum, dadadadum. Da, dum, 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 dum. So, dann haben wir das hier auch, ne? Ecke, ne? Genau. Oder? Haben wir eine Ecke? Ja. Dann müssten wir hier jetzt eigentlich auch den machen können. Genau, jetzt pass auf, jetzt laufen die Dinger ja noch hier rein. Das heißt, hier muss ich auch zu machen. Muss ich eigentlich überall hier zu machen, ne? Da jetzt zum Beispiel auch dann. Vom Logischen her. Dü, du, 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 du. So, dann hier auch noch. So. Genau, und jetzt hinten in der Ecke noch ein Wasserblockdingens. Da wollte er jetzt wieder einen Zombies spawnen, wer es gesehen hat. But we are on peaceful mode. Ähm. Ich brauche auch Cobblestones. Den komme ich dann hier hin. Warte, ist das hier richtig? Bestimmt. So. Hier, hier und dann haben wir es, ne? Fast. Hier hinten fehlt noch. So, zack, zack. So, jetzt führen alle Wege nach unten. Wie komme ich jetzt hier raus? Gute Frage, nächste Frage. Ich werde mich eigentlich ja so oder so auf die Fresse packen, ne? Toll, was mache ich denn jetzt? Verdammt. Ich muss hier raus. Joa. Wird wohl ein bisschen gefährlich, wa? Ah. Wow. Oh, das war echt gefährlich. So, wo ist die Erde hier? Ja, toll. Ich glaube, ich kann das abbauen. Ich ja nicht. Wo ist meine Schaufel? Da. Dü-dü. Dü-dü-dü-dü. Dü-dü. So, dann würde ich eigentlich gerne testen, ob es funktioniert oder nicht. Hm. Ich glaube, da gehe ich gleich mal nach oben und schalte mal gleich den Modus an. Ähm. Lass uns mal jetzt hier hoch. Hey. Ach so. So. Ist jetzt draußen hell. Ne, das heißt draußen spawnt jetzt eigentlich nichts mehr. Rein theoretisch. Lass uns dann mal nach hier gehen. So. Wollen wir mal austesten, ob es funktioniert. Testen es mal. Hilfe. Hilfe. Ey, spawnt mal. Hallo, Zombies. Spawnt mal. Ja, ein Zombie. Und der fällt. Yay. Sie spawnen. Huh. Na los, komm. Spawnt mal ein bisschen. Über mir ist auch gerade einer. Ich glaube, der fliegt genau von meiner Fresse runter. Ah. Guck mal, da läuft er. Noch einer. Und tschüss. Wird eine Freude, euch gleich alle töten zu dürfen. Da ist einer. Siehst du, siehst du. Ich wusste es. Komm mal runter hier. Komm. Fall. Fall. Nix schwimmen. Fallen. Fallen. Jetzt fall doch mal, du. Du Horst. Fall runter. So. Ups. Den hab ich geschlagen. Ups. Liste, geht doch. Juhu. Zombies. Let's spawning. Und innen drin spawnt keiner, ne? Ne, perfekt. Perfekt. Genauso wie es sein soll. Super. So, dann düse ich mal runter. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Na komm, fallt. Fall runter, du Arsch. Oh Gott, der sieht mich, ne? Die sehen mich. Die fallen aber nicht. Die schwimmen. So schwimmen die Scheißviecher. Wo ist meine Leiter da? Ah. Höflich, hab Angst. So. Jetzt müssen die eigentlich alle hier stehen, ne? Wow, ist das so laut. Von der Theorie. Juhu, die stehen alle hier. Oder steht da oben noch einer? Nö. Super. Ist noch ein Schwert, ja? Ein Eisenschwert. Ein kaputt ist aber immerhin. Irgendeiner mit irgendeiner Waffe oder so gespawnt? Ne, ne? Schade. So, wollen wir mal sehen. Hallöle. Na toll, da komm ich gar nicht ran, oder nie? Oder was? Toll, ich komm in die hier gar nicht ran. Komm. Zack. 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 Einer tot. Hihi. Ist das ne Freude? Stirb. Stirb. Und der nächste bitte? Stirb. Ist das ne Spaß? Und auch tot. Und auch tot. Kommt noch welche, oder war's das schon? War's doch nicht. Ah, ich hab doch grad einen Fallen gehört. Hey, komm her, mein Freund. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm her. Komm her. Ich bin dein bestes Freund. Forever. Ich hab dir gesagt. Stirb. Stirb. Und tot. Und die ganzen Items, einige krieg ich und die anderen landen da unten eigentlich, ne? Also jetzt sollten sie jedenfalls. Tun sie aber nicht. Na gut. So. Laut Dingen sind da oben noch welche. Wollt ihr auch runter? Ey, ihr Säcke, kommt ihr auch mal runter hier. Ey, ihr Säcke. Ey. Nix schwimmen, kommen. Du sack da oben, komm runter. Laut meiner Karte oben rechts sind da oben noch welche. Und die sollen das Geflex hier hinter mir runter bewegen. Komm, Schuh, komm, Schuh, komm, Schuh. Ach, Mensch. Guck mal, selbst wenn die da landen, kommen sie trotzdem runter. Mensch, der typische Zombie. Hö, hö. Hey, mein Freund. Oh, hier ist sogar noch Dingens. Ist einer gestorben, oder ist das jetzt noch von mir? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hallo, mein Freund. Where are you? Hallo. Und hello. Und scheiße, mein Schwert ist das Schrott. Verflixt. Verdammt. So. Bist du tot? Bist du tot? Kriege ich die Einzüge auch gleich? Gab's keinen. Na gut. So. War's das schon? Supi. Klasse. Das funktioniert also. Ja, ich stelle jetzt wieder auf Friedrich von wegen, ne? Arbeitsmodus und so. Super, super, super. Es funktioniert. Aber ich glaube echt, die ganzen Spawner, also pro Etage vier Stück. Ey, ich glaube echt, Leute, die werden uns lieber, ähm, ja, entschieden, oder? Weil, ganz ehrlich, sie jetzt durch die Höhen zu laufen und die abzubauen und ganz ehrlich, ich kann hier eh im Creative Modus erst bin, denn vorher geht das ja nicht. Von daher, äh, ist eigentlich ein bisschen dämlich, oder? Da können wir das eigentlich auch gleich so machen, dann hat sich das erledigt. Finde ich jedenfalls. Und ich denke, ich mach das auch so. Super, erste Etage haben wir, da kommt die zweite, dann hier die dritte und hier die vierte. Ey, sind doch vier, super. So. Klasse, ich würde sagen, dann gehen wir erstmal zurück nach Hause und machen jetzt noch eine hübsche kleine Sache. Obwohl, Level 21 lohnt sich noch nicht, ne? Ah, schwierig, schwierig. Eigentlich lohnt sich das ja noch nicht. Wie soll ich mich jetzt noch aufleveln? Kann ich mich irgendwie jetzt noch aufleveln, ohne großartig was zu tun? Kohle abbauen gehen, ja. Toll. Dü, 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 Mensch, guck mal, sieht das nicht hübsch aus? Oh, Mann. Diese Ränderfehler, die gehen einem so ein bisschen auf den Geist, wenn ich ehrlich bin. Aber sobald ich jetzt hier rangehe, siehst du, geht das wieder. Naja, immerhin. Dann fängt er nämlich jetzt an so, oh, verdammt, ich muss ja laden, ne? Was ist denn jetzt da? Ach, da sieht man die Glassäule, ne? Okay. Genau, da auf der Etage sind wir schon. Da oben ist das Ding und da muss ich noch zu basteln, ne? Ach, verdammt, ich muss ja trotzdem nochmal rein da. Und das mach ich dann von außen. Also da geh ich dann, glaub ich, von außen rein. Dü, 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 dü. So, ach, Mensch. Ach, schau an. Hier in der Monsterfalle haben sich auch ein paar Viecher runtergelassen. Hä, niedergelassen. Schön. Was soll ich denn damit jetzt in der Hand? So, weg, weg. Ähm.